Die Kamera läuft? Ich hab jetzt einen Augenaufschlag, der wird euch gleich... Leute können wir gar nicht über alle Herren ziehen jetzt... Zum Beispiel die Regie. Hier läuft der Fall überhaupt nirgends... Hallo! Ich hab nichts zu sagen. Das war's. Das war's. Kann mal bitte jemand diesen goldenen Mann disziplinieren? Ich habe Schauspielunterricht für diesen Tag genommen und sie hat mir, also die Schauspielerin hat mir gesagt, aus einem Clowns Workshop, dass man lernen muss, wie es ist, in the shit zu sein. Also in the shit heißt, man ist auf der Bühne und keiner findet einen lustig und man weiß nicht, was man machen soll und man ist in the shit und man muss die Situation ertragen. Ich ertrage in the shit seit anderthalb Stunden, weil alle essen gegangen sind und trinken gegangen sind und rauchen und Kaffee trinken und goldene Arme bekommen und ich stehe hier die ganze Zeit, ja, und dann dreht man mich auch noch in die falsche Richtung. Wirklich. Also ich soll Schwere und Trauer in mein Musikvideo rüberbringen. Das ist nicht schwer. Der. 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 Das ist Hanna. Hanna macht das Meca. Hallo Hanna. Hi. Hanna wackelt rauchen. Hanna. 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 Amen. Drehschluss! Endlich! Drehschluss! Leute? Sind alle mit? Ach mal. Leute, könnte mich irgendwer vielleicht los machen? Hallo? Hallo? Leute? Kann mich irgendwer los machen? Hallo? Ja? 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 Ja?